Wenn man den Garten von Silke und Lothar Strübbe in Tettens betritt, dann findet man sich in einer verwunschenen Traumwelt wieder. Hohe, dichte Bäume werfen tiefen grünen Schatten. Wege aus Stöckchen schlängen sich durch die Wildnis. Mit dem Fahrrad per Auto zu Fuß. Den ganzen Tag strömten am Sonntag beim ersten Wangerländer Gartenspaziergang die Gäste durch die zwölf offenen Gärten. Da wurde gestaunt, gefachsimpelt, geplaudert. Es gab Lesungen, Künstlerisches, vor allem aber viele überraschte Gesichter. Denn so oft kommt man ja nicht in Nachbarsgarten. Bei Edem Müller in Kopperburg kam gleich morgens ganz Tjallans angeradelt. In ihrem parkähnlichen Bauerngarten hielten sich viele stundenlang auf, genossen die Sonne und die Leckereien, für die die Landfrau und ihre Familie gesorgt hatten. Und bei Edith Helwig und Karin Heiken an der Bismarckstraße in Hohenkirchen stand schon morgens kurz vor 10 der erste Gartenbesucher auf der Matte mit einer Flasche Sekt. Danach gaben sich bei den beiden Gartenfreundinnen die Besucher die Klinke in die Hand. Und bei Edith Helwig und Karin Heiken an der Bismarckstraße in Hohenkirchen stand schon morgens auf der Matte mit einer Flasche Sekt. Und bei Edith Helwig und Karin Heiken an der Bismarckstraße in Hohenkirchen stand schon morgens auf der Matte mit einer Flasche Sekt. Und bei Edith Helwig und Karin Heiken an der Bismarckstraße in Hohenkirchen stand schon morgens auf der Matte mit einer Flasche Sekt.